all das geht wieder weiter habe es nun wie geht es uns an ein bootkasten ja ich habe hier haben wir noch eine das verkaufen wir nom nom ok und hier einmal verdammt ich hatte das ich hatte sollte so hier jetzt einmal müderfutter verschwindet ok heute können wir die ganzen sachen verkaufen allein morgen erst morgen morgen findet er das pferde rennen statt nicht heute das heißt morgen können wir mehr wie kein geschenk machen da sie was haben wir also ich habe noch das ziel war das ziel wäre ich würde ich kann das jetzt nicht irgendwo dabei zwischen lagern also werde ich zu verkaufen weg damit und ich weiß nicht warum das verdammte spiel schon wieder leckt so gut gelaufen mit fahrt bis zum schluss sind und schluss sind hat es angefangen zurück aber jetzt möchte ich mir es muss so extrem lecken ich weiß nicht wo was machst du ich will nur den verdammten hund hochheben legt den stein zurück leute kurze pause bis geld wieder zurück und hoffe die verdammten lecks hören auf ich weiß nicht was ich tun soll damit gegen diese lecks ich weiß nicht ich weiß nämlich nicht woran es liegt äh es läuft manchmal es läuft noch eine zeit lang ohne lecks dann fängt es auf einmal plötzlich an zum lecken aus welchem grund auch immer ich habe keine ich habe nicht den platten schimmer mein und ich meine bei solchen lecks kann man noch nicht spielen hallo mary ich habe hier wieder ein geschenk für dich mit warum leckst du bei mary ich hatte dich im hat dort gut wie schaut aus dieses dort sieht aus wie aus einem ja ich habe gerade auf den tisch gehaut falls man das gehört hat wenn ich bald aufhört ist er der nächste den schauen werde ja computer ich weiß nicht woran diese lecks liegen ich weiß auch nicht was ich dagegen tun kann ja leck 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 ja es leckt zu sehr ich habe keine ahnung woran es liegt und kann deshalb auch nichts dagegen ich weiß nicht woher diese lecks kommen und warum sie auftreten das spiel läuft doch sonst immer so flüssig ja 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 immer nachdem ich bin wenn ich mehr als einen part auf immer am schluss vom ersten part den ich auch nicht empfinde es aber plötzlich an so zu lecken da drüben war noch ein ding das ich vorliegen besser ja man so kann man nicht spiel ich werde ich werde ich halte rötte bis gleich leck pause und wird zurück mit hoffentlich weniger lags nein sie sind immer noch da ja ich was ist jetzt los das geht überhaupt nicht das geht überhaupt nicht ja ich habe zwar inzwischen denke ich die soundprobleme ziemlich gut behoben aber wenn das weiterhin so lag geht das nicht ich weiß wirklich nicht woran das liegt ideen für woran das liegen kann höre ich immer gerne für hilfe in solchen fällen bin ich natürlich immer denn wenn das wirklich nicht aufhört zu lecken kann ich das spiel nicht spielen denn es geht nicht bei so dem nächsten mal wenn das spiel so dermaßen weg macht das auch keinen spaß mehr macht es mir überhaupt keinen spaß mehr denn wenn jetzt alle 30 gut anfängt so beschwert zu lecken habe ich überhaupt keinen bock weiter zu spielen und da ich das projekt ist ja gemacht und ihr auch ja wie ich höre hoffe ich dass mir irgendwer da wenn ich meine hilfe sein kann ja jemand der weiß irgendwie sich auskennen und so später aber mit solchen lecks das geht das überhaupt nicht ich muss sparen ich hab was willst du von mir ähm was zur hölle sollen die likes Leute das geht überhaupt nicht ich beende hier so für den etwas kürzeren part jetzt aber es geht mal überhaupt nicht wir sehen uns beim nächsten mal Leute tschau so Leute ich probiere es jetzt noch mal aber es wenn er jetzt wieder lag werde ich aber erstmal unterbrechen ja ich habe mich auch vorhin verabschiedet aber ich mache jetzt doch noch weiter denn und scheinen ich habe jetzt die unnötigen programme wie skype und so geschlossen und hoffe das ist jetzt für sich auch okay was wollte ich noch tun ähm keine ahnung warum heilig das hund schon gefüttert ich glaube schon dass wir mit hat nach ja nur zur sicherheit noch mal hinein gut meine fotos da was macht die hinne da was macht sie da was macht sie da was macht sie da aber lassen wir sie einfach alleine gut ich habe keine ahnung wie lange ja ich nehme einfach weiter noch auf einige Zeit noch gehen wir zurück ins Haus schauen wir wie das mit am Morgen müsste schön werden denn das ist ja nicht ein programmiert so ja ja da haben wir wollen dass die Pferderinnen stattfindet wie ihr seht am Rosenflatt finde das verdammte Pferderinnen statt ich hasse solche Ereignisse egal ähm wir gehen schlafen und ich weichere wum num num Reispelchen unigiri oder wie auch immer man sie nennen will und meine hinne kackert wieder Sian Sian wird schnell groß Konoka ja nein nein Leute ihr seht's nein Leute so geht das nicht ähm ich mach Schluss und es geht beim nächsten Mal hoffentlich ohne Lex weiter bis dann Ciao